Schauen wir uns noch ein paar typische Formulierungen zur Äquivalenz an. Der Klassiker hier heißt A genau dann, wenn B. Das Wetter ist genau dann schön, wenn wir spazieren gehen. Aber eine Implikation wird auch gerne durch andere Formulierungen angezeigt. A dann und nur dann, wenn B. Wenn A dann B und umgekehrt. Und immer nur dann B, wenn A. Wenn und nur wenn A dann B. Diese einzelnen Formulierungen, die wir hier haben, die deuten also jeweils immer darauf hin, dass hier die Äquivalenz im logischen Sinne gemeint ist.